NICHT No Gunshots, but they gettin' Flow, 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 Flow Mein Herz, es schwappt richtig über vor Freude. Die letzte Murmel ist an Ort und Stelle und bald schon kehrt Togel zurück. Die Ziggurat wird wieder hergestellt. Nie wieder fuseliger Gehirnmatch anstelle des grossen Funkelns der Inspiration. NICHT Ah, willkommen, willkommen. Da die Fantasiesphäre exponentiell schnell wächst, kann ich alle Hilfe dabei gebrauchen, jeden ihrer Winkel zu erforschen. Zieh an der Kette, um die Crème de la Crème der Ebene der Wunder zu sehen. Sie verändert sich ständig, also komm bald wieder und zieh nochmal. Was werden wir hier wohl haben? Jeden Tag neue Kreationen, jeden Tag weitet sich die Fantasiesphäre aus. Die Murmelk hast du schon, aber du kannst noch Geheimnisse finden und Punkte überbieten. Der Kette, um die 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 Kette. Ah, der Newton. Der Newton, der Newton, der Newton. Oh, mein Gedankengang ist ohne mich gegangen. Was habe ich gesagt? Ah, ja. Ballettänzer. Komm auf Zehenspitzen durch die Welt. Hinterlasse kleinste Fußabdrücke. Wahrlich die elegantesten Wesen, die wir kennen. Hey, wenn man von Toggle spricht, hast dich nicht verändert. Und wie geht's dem Kleinen? Ha, ihn wird noch ganz der Alte, was? Vielleicht kannst du deine Fähigkeiten abstauben und sie uns demonstrieren. Fantastisch. Jetzt auf zur Zikorat. Ich werde alles erklären. Richtig so. Eine ganz große Leistung. Also, das ist wohl ein großes Problem. Aber kein Problem für den nachtigen Toggle. Ha, wir sehen uns bei der Zikorat in zwei Sekunden. Wechsel deine Gestalt mit der L1-Taste. Wechsel wieder zurück mit der L1-Taste. So kannst du den Toggle umschleifen. Der kleine Toggle rennt schnell und springt hoch. Das ist wirklich sehr nützlich für geengte Läume. Steink companies Sie schon so nützlich für die letzten drei Stunden. Der L1-Taste und den Motor rЬte. Der große Toggle ist sehr schwer. Er kann Sachen herunterdrücken oder absinken lassen. Wechsle dann wieder zu kleinen Toggle und erlebe die Physik in Aktion. Um Dinge zu verschieben, musst du groß sein wie ein Bär oder wie ein Yeti. Es ist lieber kein Yeti wegen meiner Anergie, du verstehst. Einen schönen Tag. Es ist lieber ein Lauch. Es ist lieber ein Jauch. Entschuldigung! Ich bin sicher. Schwerde, Dinge sinken zu Boden. Leichte Dinge schwimmen an die Oberfläche und halten sich wie Eisläufer auf dem Wasser. Sehr nützlich. Schwerde, Dinge sinken. 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 Schwerde, Dinge sinken.